Soll das heißen, sie wird ihn dafür dagegen einen jockeln? Gut, dann würde ich auch Locken drehen. Aber was ist mehr Arbeit? Ich glaube, Locken drehen ist einfacher, meine Lieben. Wie lange braucht das, bis du das komplette Setup hast, bis du alle Haare durch bist, mit so Locken gedreht hast? Das dauert doch viel länger als ein Blutjob. Come on. Mit dem Dyson-Lockenstab brauchst du nur drei Minuten, wenn überhaupt. Ja, aber wenn du mir einen guten Blutjob gibst, brauche ich zwei Minuten, wenn überhaupt.